Ach, das war's schon. Gut, dann holen wir uns einen neuen Raketenwerfer. War das der Hubschrauber, den wir schon mal eine verpult haben? Nee, das kann eigentlich nicht sein. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Vier Stück. Splittergranaten haben wir voll. Das ist alles gut. Gut, jetzt asstet der sich da draußen auch gerade wieder einen zurecht. Ja, so, jetzt müssten wir mal zusehen, dass wir da hinten irgendwie an diesen Scheißendreck... Macht man denn das jetzt am besten? Der Zerstörer ist randvoll mit einer... Sabotieren Sie den Störsender auf? Achso. Ich soll nur den Störsender deaktivieren. Alles klar, das kriege ich hin. Dann laden wir mal eben fix nach. Können wir noch ein bisschen Munition wieder mit einpacken. Dann würde ich sagen, jagen wir da doch mal einen Raketenwerfer rein. So geht's anscheinend nicht. Meine. Wo ist dein Kumpel? Da ist dein Kumpel. Ja, 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 ja. Nicht nachladen hier. Einfach machen. Genau. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Alles meins. So, nochmal eben kurz. Und da ist er wieder. Die nehmen wir auch mit. Und da ist er wieder. Da muss ich doch mal sehen, wie ich jetzt hier das am besten mache. Habe ich noch? Ich habe noch. Alles klar. Aber jetzt ist die Frage, wir kommen hier auf diesen... Scheiß hier rauf. Muss ich bestimmt hier hinten und dann raufhüpfen. Ja, ich weiß. Ich bin doch schon dabei. Was? Sind die alle im Wasser? Ja, ja, ja. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Tue ich doch. Ich kämpfe wie ein Mann. Wie ein unsichtbarer Mann. Hast du hier noch? Du hast eine Schrubflinte für mich. Die will ich jetzt aber gerade nicht. Vielleicht hat der noch irgendwas Nettes dran. Schrubflinte haben wir nicht genug Schuss. Also tauschen wir das wieder zurück. So. Wo geht es denn? Hier geht es jetzt weiter. Da ist die Sendersteuerung. Wo? Das hier? Ne. Bin doch... Das war's. Flugabwehr neutralisiert. Markieren Sie jetzt mit Ihrem Laser den Kreuzer und genießen Sie das Feuerwerk. Dann bringen wir uns mal eben in Sicherheit und erfassen dann das Kreuzergedönschen mit dem Fernglas. Na dann mal los. Da geht er hoch. Da legt er sich auf die Seite. Er macht die Fassrolle. Okay. Dann machen wir los. Na nun komm, pack aus den Werfer hier. Mist, der ging daneben. Aber der hat's getan. Ja, zeigen Sie denen, wie es läuft, Nomad. Unsere Panzer rücken jetzt in den Hafen vor. Stoßen Sie am Eisenbahntunnel zu Ihnen. Okay, dann mal los. Vorher würde ich mir jetzt aber gerne nochmal noch einen Raketenwerfer besorgen. Ach, da hinten lag ja auch noch einer. Ich muss ja sowieso in diese Richtung. Da kommen die Senkrechtstarter. Hier hinten lag da auch noch irgendwo ein Raketenwerfer. Den würde ich jetzt ganz gerne nämlich noch einpacken. Da ist er. Den hat er gesucht. Das sieht aus wie eine Steuerung für dieses Tor. Ja, das war die Steuerung für dieses Tor. Sehr schön. Da bist du. Meine Herren, der Hafen gehört uns. Ja. Stoßen Sie jetzt zum Tal vor. Schnappen Sie sich einen unserer Panzer und folgen Sie dem Konvoi durch den Tunnel. Sie können noch einen Panzer bedienen, oder? Ja, Sir. Psycho. J-Sock hat einen Job für Sie. Stoßen Sie zur Alpha Company. Lieutenant Cooper erwartet Sie. Kein Problem, Boss. Hey, pass auf dich auf, Nomad. Was hier vorbei ist, gebe ich ein Bier aus. Mike. Mindestens. Zieh auf die Tunnelleinfahrt und putz den Waggon weg. Wo kann ich jetzt hier in den Panzer steigen? Guter Schuss. Jetzt aber ab ins Tal. Versuchen wir General Kjong den Hintern. Welcher ist jetzt meiner? Achso. Kann ich jetzt wahrscheinlich gerade erst machen. Onslaught. Das klingt mal nach einer Schlacht. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Na, wird es denn gehen, die letzten zwei, drei Prozente? Sehr schön. So, nochmal einmal kurz unterbrechen. Und der ist auch schon wieder. In einer Raum. Hier Zentrale. Wir stoßen jetzt durch das Tal zur Mine vor. Nicht wiederholen. Unser Ziel ist die Mine. Recht zu zähmst. In einem heftigem Widerstand durch KVA-Panzer. Herr Comand, hier ist Strickland. Was ist mit der Luftunterstützung? Over. Keine Chance, Sir. Der Luftraum ist nicht sicher. Unsere Jets bombardieren strategische Ziele auf der anderen Seite der Insel. Bis auf weiteres müssen sie ohne Luftunterstützung auskommen. Okay. Verstanden. Das muss es eben auf die harte Tour gehen. Alle Einheiten hier, Major Strickland. Luftunterstützung fällt aus. Rücken jetzt zum Premierziel einfach vor. Vorwärts. Ihre erste Verteidigungslinie ist in der Knotale am Parkhof. Alter. Fahr mir doch nicht vor die... Ja. Fahr mir genau vor die Linsen. Tenor. Bin bei. na dann mal los ja, das kleine Bohnchen hält jetzt ein Panzer auf, oder was? Ist auch keine deutsche Eiche hier die halten, die halten Panzer auf Eiern wir hier mal geradeaus durch ja, dann kriegt er das Rohr nicht weit genug runter das zahlt sich doch aus, dass ich World of Tennis gespielt habe man soll es nicht glauben ups ja, und ich kann nicht vor und nicht zurück das ist gerade ein bisschen scheiße hier bin doch unterwegs, bleib doch mal ruhig, Junge Alter, warum komme ich hier nicht hoch? was soll denn der Scheiß? Hallo, das ist ein Panzer du wirst doch wohl diese lächerliche Steigung hinkriegen Alter, nu fahr jetzt bleibt doch hier nicht dran hängen, Alter das ist doch jetzt hier nicht dran ernst, oder was? das ist nur ein ein pissiger kleiner Felsen, Alter ja, jetzt hänge ich hier auf dem Felsen fest mit dem Panzer Realismus AD, sag ich dazu mal kann ich ja ich bin doch dran der bleibt auch überall dran hängen mit seiner Gurke hier die Zentrale hier Barsche 16 sind im Anflug Abwurf über Sektor 2 over Nomad, ein Senkreis-Starter voller Marines ist unterwegs halten Sie durch ja, logisch wo kam der jetzt wieder her? Spielstand jetzt hänge ich hier auf dem nächsten Felsen komm, mach so, da will ich rein und du kriegst erstmal eine Breitseite an alle Einheiten zum Bahnübergang vorrücken bin unterwegs bin unterwegs so, da ist er wieder gibt doch mal Feuer jetzt hier du latsch mir nicht vor meinen Ketten rum sonst gibt's hier Platte, Soldaten da bleibt er wieder hängen hallo, nicht hängen bleiben ja, ich hoffe muss ich mal zu, dass hier einer ankommt nervt nämlich so, wir sind also am Bahnübergang gibt's noch nicht im Panzer der im Gelände hingeliebt hier ja, dann sag doch was zum Treffen war das? doch, das war heftig hier rüstig der Karasse Ruhr gefallen auf Marines stinkt an die Mission wir nähern uns einer Verteidigungslinie der KVA wir fahren einfach mit dem Kopf durch die Wand jetzt sehen Sie, war nur viel geschlagen noch mal die KVA hat in der Nähe des Dorfs ein Munitionslager wenn wir es zerstören schneiden wir Ihnen den Nachschub an dann komm mal los dann komm mal los